Positives aus Sachsen-Anhalt Die zentralen Feierlichkeiten zum 31. Jahrestag der Deutschen Einheit fanden in diesem Jahr in Halle an der Saale statt. Nur ca. 40 Kilometer davon entfernt, im Siersleber Ortsteil Thondorf, trafen sich am Morgen des 3. Oktober 2021 eine Handvoll Dorfbewohner und Vertreter der Helmholtz-Gruppe Pro Baum aus Hettstedt, um auf dem Schenkplatz gemeinsam eine Stieleiche zu pflanzen. Der Schenkplatz mitten in Thondorf lädt bereits jetzt schon zum Verweilen ein, soll aber in Zukunft noch attraktiver gemacht werden. Da sind sich der Ortsbürgermeister Mario Modesti, sein Stellvertreter Falk Belger sowie der Chef der Helmholtz-Gruppe Pro Baum, Peter Frobe, einig. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017